Ein kritischer Industrieprozess benötigt eine Gleitringdichtung und der Lieferant kann ihm nicht helfen? Die ISCL Außendienstkollegen können online überprüfen, wie schnell wir ihr Problem beheben können. Die Angebotserstellung erfolgt vor Ort, direkt durch den Außendienstkollegen. Nach Auftragserteilung kann innerhalb von kürzester Zeit ein verbindlicher Liefertermin genannt werden. Unser automatisiertes Lager arbeitet rund um die Uhr und gibt die vorgefertigten Teile zur Montage frei. Das automatisierte Teilelager wird von vollautomatischen Robotik-Mini-Fabriken versorgt und arbeitet an 365 Tagen im Jahr. Wir verfügen über eine der modernsten Fabriken der Branche. Dies ermöglicht es uns innerhalb von Tagen und nicht erst Monaten zu liefern. Eine 99,45%ige Liefertreue bedeutet, Sie können sich auf uns verlassen. Auch wenn Sie einen schlechten Tag haben, wir sorgen dafür, dass es kein schlechter Monat wird. Rufen Sie AIS Ziel an.